so hier vorne habe ich den neuen himmelsstoff unter das frontgummi drunter gedrückt man braucht dann schon lange fingernägel um das zu machen also es ist schon eine fummelarbeit aber man hat hier die falten teilweise raus die wellen hat man raus es ist schön glatt und wie gesagt das ergebnis kann sich sehen lassen es sieht auf jeden fall schön aus und die ganzen wandheiten müssen halt noch gemacht werden auf der anderen seite hier beim fahrersitz mache ich dasselbe dass ich damit mit glättverschlüssen oder nietmuttern wieder so was hin mache vielleicht klemm ich auch da das überschüssige unter die türgummidichtung aber die muss ja auch gemacht werden die ist nicht auch schon ziemlich verschlissen aber da kann man sich ja noch irgendwie zeit lassen also es geht ja noch so lange hier oben nichts runter fällt ist alles in ordnung und hier hinten was überschüssig ist hier sieht man es am besten da habe ich hier hier habe ich einfach die die alten blechschrauben die alten blechschrauben habe ich einfach locker gemacht dann kommt der ja hier runter der alter dach himmel und dann habe ich hier bis auf wo diese klemmleiste hier ist musste ich halt den einschnitt machen und da habe ich einfach den überschüssigen dach himmel hinten rein geklemmt und dann wieder hier festgemacht weil lieber überschüssig als zu viel abgeschnitten weil es kann ja sein wenn der hier auch nicht mehr will dann kann es ja sein dass ich da auch noch mal was machen will also was den dach himmel hier angeht hier hinten den alten da bin ich noch am rätseln vielleicht lasse ich noch so wie er ist vielleicht mache ich auch nur hier die schrauben neu und macht dann hier diesen grauen dach himmel stoff so drüber vielleicht klebe ich ihn auch dran weil die momentane lage naja ich will nicht da mehr darauf eingehen auf die momentane lage die ist halt momentan ein bisschen angespannt wer weiß ob das hobby überhaupt noch zu stemmen ist aber das ist ein anderes thema und das möchte ich jetzt nicht länger vertiefen so hier sieht man auch noch überall die die klebestreifen wo die not haben wir früher hingen da will ich mal gucken dass mir vielleicht sogar droben ständer hinmach oder kleiderhaken da wo die griffe oben sind wo die mannschaft sich festgehalten hat da kommen gardinen stangen dran es ist ja zum glück überall sind ja löcher vorhanden da kann man mit nietmuttern sich irgendwie helfen das ist eigentlich ganz super easy gemacht dasselbe gilt auf der seite da mache ich ungefähr dasselbe und die innen lampen lasse ich jetzt drin weil so lange die noch gehen lasse ich sie drin ansonsten kommen da vielleicht led rein aber dann muss ich mich mal schlau machen und diese alten verkleidungen hier auf der anderen seite sind schon gerissen aber die sind ja auf pappdeckel gemacht da mache ich dann vielleicht hier denselben stoff so einfach drüber und dann mit neuen schrauben oder gewindeschrauben dran das muss man halt mal gucken ja